hallo liebe freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen video und zwar wollte ich euch schon eigentlich hier meinen gamingstuhl eigentlich zeigen sprich es gibt ja ganz schön viele stühle mittlerweile auf dem markt und ja meine erfahrungen selbst generell zu dem esl stuhl selber wollte ich jetzt mal kurz auf den weg geben denn viele hatten mich ja da auch schon gefragt von der funktion her ob das wirklich so gemütlich ist ob die farbe an sich selbst auch kaputt geht oder eben sich irgendwie nach der zeit irgendwie aufweist und eben abgeht oder so und es ist halt in dem fall nicht so der fall und dann werde ich jetzt eben kurz euch ein show off zeigen so das erste was wir machen ist natürlich gucken was man erstmal durch stuhl machen kann und das erste ist natürlich wie wir eben hier nach hinten wollen können also man hat eben den hänkel hier und den kann man halt eben nach vorne schieben oder nach unten schieben und dann geht das eben rüber und fällt dann wieder rein rüber rein rüber rein das ist erstmal die eine funktion gar nicht so schlecht eigentlich gefällt mir persönlich und ja was gibt es da noch zu machen und zwar gibt es hier hat man unter dem stuhl hat man zwei hebel die kann man immer benutzen dann geht der stuhl nach oben seht ihr auch nicht jetzt bin ich viel 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 weiter höher und man kann natürlich ganz normal runter das geht selbstverständlich auch das eigentlich ganz praktisch als zweite oder dritte funktion schon kann man sagen hat man natürlich noch was anderes und zwar kann man den anderen hebel betätigen und dann habe ich schon getan und dann kann mich quasi nicht so schön nach hinten lehnt mir gemütlich machen und teilweise geschlafen das heißt wenn ich einen film gucken sollte unter anderem und so weiter und so fort dann hat man natürlich noch an den seiten kann man hier erstmal natürlich auch noch umschwingen sprich dass man diese so nach vorne und nach hinten bewegen kann dann hat man noch eine funktion dass man die hoch nehmen kann das ist auch eben viel größere menschen der fall und was ich auch noch gemerkt habe ist dass die dinge nicht unbedingt wackelig sind wie bei anderen stüllen sprich wenn man dann irgendwie überhaupt einen jahr sehr teuren stuhl kauft gerade so für gerade so einen sportsitz oder auch so ein gaming stuhl kann man sagen und wie gesagt hier habe ich noch diesen schönen hebel dann kann ich schön nach hinten fahr schon gleich was runter man könnte sogar sagen man könnte sogar so schlafen es ist mega gemütlich richtig gemütlich und ja was gibt es noch ansonsten zum material kann man auch eigentlich sagen da muss ich erstmal kurz einen schnitzel ja jetzt sind wir auch schon eigentlich beim material kann man sagen das machen wir jetzt mal ja was man dann zum beispiel auch sehen kann wäre das jetzt hier auch die farbe zum beispiel das ist jetzt ich sag jetzt mal ist jetzt nicht so krass gefärbt dass ich das irgendwie mit der zeit auch ja abfärben würde weil das dachte ich als erstes hier gerade hier auch wenn man länger zeit drauf sitzt zum beispiel oder auch hier bei dem esl logo hier sie auch gestrickt kann man sagen das finde ich eigentlich ganz cool dann von der rückseite auch her sieht eigentlich von material jetzt sehr 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 hochwertig aus auf jeden fall der fall so jetzt vom preis her selber kann ich eigentlich sagen vor also zu dem stuhl selber ich setze mich mal kurz in einen moment so zum preis her selber kann ich eigentlich sagen es geht eigentlich also für die leute die das natürlich kaufen wollen die können das ruhig machen preis fängt um die bei 200 bis 300 euro an aber man kann natürlich auch andere günstigere modelle eigentlich nehmen ich bin sehr zufrieden von mir aber was würde ich da geben also preis ist schon ein bisschen teuer aber ich denke das macht man generell so oder wenn man sich mal schon etwas gönnt wenn man dafür spart dann kann man sich das auch schon gönnen und deswegen eigentlich von 9 bis 10 sterne preis ist für mich auf jeden fall ein kritik aber ich denke dass normal der hersteller natürlich auch was verdient und so weiter und so fort ihr kennt das ja ich will euch gar nicht damit langweilen dass noch ein kleines preview oder eben so ein kleines review dazu wie ich eigentlich mit dem stuhl so klarkomme und wer fragen oder so hat schreibt einfach die kommentare man sieht sich bis dann euer männer